So, herzlich Willkommen zu Fridu Level 17, äh, äh, Fridu, genau, so, ähm, Hühnchen, ähm, Good channel, how come it's got, oh, wow, okay, Ah, da war ich auch da. Wow, das war jetzt nicht geplant. Ja, das war schon viel heißer. So, da habe ich jetzt gerade auch noch die Welt in Jamaica bis gesehen. Oh Gott, jetzt haben wir irgendwas sinnvolles. Ja, doch. Ich wollte speichern, nicht neu laden. Gut, ich darf erstmal alle herkommen. So, ja genau, speichern. Ja. Ah, das ist gut. Ah. Ah. Okay. 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 So, hätten wir. Der speichert schon wieder viel zu häufig, aber durch viele Gena wie wir sind, habe ich Angst immer gleich wieder zu sterben hier. Oh, die Map ist auch relativ klein, es gibt gerade 70 Gegner. Ähm, geht jetzt rein. Das Problem ist, ich persönlich spiele quasi nur noch Realism Tactical Mode, also jetzt wenn ich hier das Privatspiel ohne Aufnahme, aber das Problem ist dabei, wenn ich jetzt hier wieder Aufnahmen mache und ich hier mit Ultraviolence spiele, dann unterschätigt immer die Gegner, weil ich hier viel mehr Munition brauche, als bei Realism Tactical Mode, da denke ich so, ja, ich schieße dreimal gegen das Tod, aber bei Ultraviolence muss ich niemals schießen oder sowas und dann leben die Gegner mal noch. Das ist mal ganz schön, ich sag jetzt mal blöd. Oh, komm auf, komm. Oh, ne. Ah, nice, nice. Oh, wow. Das war so nicht geplant und ich glaub auch nicht vorgesehen. Danke, danke. Oh, ja. Okay, kein Secret, kein Nichts, da ist ja gar nichts. Das ist allein. Aber ich hab mir noch was übersehen. muss ich auch nicht sagen. Ach so, na gut, die Kettensecle ist wahrscheinlich das Secret. Ne, hier muss ich weiter, genau Hä, ne, wo war denn jetzt die andere Tür? Da So, da ist einer der mit Böse Wow War der schon gedamaged Oder wie soll ich nur einen Schuss gebraucht Oh, ich brauch wirklich mal einen Schuss Nice Okay So, jetzt gibt's Ach ne, da brauch ich was gelbes Wow Das war dumm Ich wollte gerade die Z-Taste drücken Weil ja unter meinem Test ist das ja die Zoom-Taste Aber hier gibt's ja gar keinen Zoom Hier kann ich nur Das machen Wie oft ich nachschießen muss So genau, die brauch ich gelb Da hinten hab ich hin Ah Da hinten hab ich hin Wow, das war was? Wohin? Oh Nicht nett Gar nicht nett Gut, wir gehen mal hier rauf Gut, wir gehen mal hier rauf Ja, da haben wir hier rauf Ja, das war dumm So, jetzt hier rein So, jetzt hier rein Oh mein Gott Oh mein Gott Man muss hier für meinen Geschmack auf zu viele Sachen achten Wow Ach so, wow Strecke und eine Wiederkehr hier Wow Hallo So, die Frage ist Was mache ich jetzt mit den Füchern, die jetzt überall gespawnt sind Komme ich hier relativ günstig ran? Nee Komme ich gar nicht ran Ach Gott Wie ist der da unten? Hallo? Was los mit euch? So, hier oben war noch einer Gut, vielleicht mache ich von hier relativ günstig ran Boah Scheiße Mann, dieser Kacko, die mir hier rumliegt Oh wow Ja Das wirklich Hallo? Please let me alone Boah, ey, ey, jetzt ist der wieder da oben Oh, das Ding kommt natürlich durch War doch klar Oha Ah, verbar ich mit den Füchern Ähm Einer ist jetzt da Und zwei sind noch hier Na gut, versuche ich erstmal den einen hier unten hinzubekommen Einer müsste hier noch sein Getroffen Gut, jetzt habe ich nur noch zwei vor mir Den da hinten Und den der da unten nach vorne hungert Wow 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 Okay, ich komme nicht weg Wow Fuck, das reicht Scheiße Okay, jetzt habe ich die Revenance schon mal weg Dann kann ich jetzt mal zu Dahin gehen, wo die ganzen Pinkies gerade waren Genau, da habe ich noch nicht nachgeladen Ich könnte aber mal nachladen Powered by sicher ist sicher Danke Boah Ach ja, da unten war ja auch noch einer Scheiße Den habe ich gerade komplett vergessen Eine blaue Rüstung Scheiße Aber egal Wieso zerbitte ich denn nicht Wow Ich werde begeistert Ich will sterben So, wo war jetzt wieder Revenance Oh, da war ja gar keiner Ey, egal Ich habe noch nicht mehr von der Sieber für hier Was, die sehen mich? Ja, die sehen mich Ach, leck mich doch Das ist doch Bullshit hier Gut Gut, was muss ich hier machen? Wow, ich komme nicht mehr noch mal rein Ah Okay Äh, wo bin ich jetzt berupt? Ach, leck mich doch am Arsch Alter, leck mich sowas von hart Cyberdemon Die absolute Langeweile Wow Kommt der hier rein? Der kommt hier rein Ah, ne, kommt er nicht Okay Ich bin gleich tot Ich bereue nichts Gar nicht Leck mich Yay Fuck Ich glaube, er hasse ich Verschwendung nicht so sehr Danke Aber ich kann nicht mehr, als ob er intelligent war Ich habe mich echt noch getroffen, Alter Ich habe mich nicht mehr Komm, wir gehen mal hier lang Und dann Wow Wir hätten, der drückt mich von hier aus zurückkommen Nee, sogar nicht Oh, ich habe noch eine zweite Idee Oh, noch keine gute Idee Oh, mein, ich wollte die unten gar nicht kommen Scheiße Hallo? Wow, wow Leck mich Ach, Leck mich So I am all finito Fuck Er war doch schon quasi tot Der ist voll Oh, mein, ich wollte die unten immer unten auf dem Boden. Wow. Ja. Das, warte. Das geht doch wieder los. Das geht doch wieder los. Das geht doch wieder los. Das geht doch. 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 Hör mal. Da gibt's überhaupt Schaden? Also ich nehm Schaden. Boah, ich bin ja der nächste Meister. Ja, der ist schon wieder fest. Scheiß Baum, ey. Wieder in der Ecke. Ich bin ja der Sprecher. Ich bin ja der Sprecher. Ich bin ja der Sprecher. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ja nicht gläubig, aber ich glaube, das Spiel mag ich nicht. Ach Gott, ey. So, ich habe noch die Tür, äh, die Schädeliten umgelegt. Ich bin ja nicht gläubig. Ja, ich bin ja nicht gläubig. Ich bin ja nicht gläubig. Ich bin ja nicht gläubig. So, die Frage ist, was habe ich jetzt überkommen? Ach so, dann wahrscheinlich draußen rum. So, jetzt hier und jetzt kann ich... Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh! Ach so. Fack. Ach so, will ich schon. Ah, Mann ey. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. So, wo war ich jetzt da? Ich muss jetzt wieder gehen. Ach Gott ey. Ach so, ich muss noch einmal gucken. Ach, ich muss mir jetzt was aufhören. Ach. Ach. So, naja schon, naja schon jetzt auch. Ach. Was hat das Ding jetzt gemacht hier? Ist überhaupt etwas gemacht, oder? Ah, okay. Hä? Was soll das jetzt alles bringen? Dann sind wir wieder hier. So. Dann würde ich jetzt mal die Tür reinbegucken. Hoffentlich geht es da jetzt erstmal weiter. Hm, ich trau mich, da ich plack mich wirklich hoch. Plack ich doch. War eine ganz gute Idee, da noch nicht hoch zu gehen. Uah! So, erstmal das Ding hier mitlegen. Hä? Hallo? So, mal gucken. Oh, das ist der gelbe Schlüssel. Die geht runter. Okay. Ach, hier bin ich tatsächlich. Da, wo dieser Kackwebe nicht war. Ach, jetzt kann ich da rüber. Scheiße, ich wollte springen. So. Jetzt einmal hier über die Treppe. Yay. Okay, jetzt mal gucken, was haben wir am meisten. Wir haben hiervon haben wir kaum noch was. Da haben wir bloß hier so'n Ding. Und dann haben wir hier noch was. So'n Ding. Heißt also, am meisten haben wir derzeit eigentlich nur von... Ähm... Ja, eigentlich haben wir von gar keiner Waffe jetzt viele Reserve. Außer von der, äh... Von dem Hockey-Blauncher. Da haben wir tatsächlich noch am meisten. Mal gucken, was uns hiervielfielden erwarten bei der gelben Tür. Ja. Zur Not. Und jetzt sehen wir hier einfach jemand aus. Oh, Alter, auch schon wieder so'n Ding, ja. Wow. Ja, das war... Äh... Die ist sehr dumm, klar. Das war nicht sehr schlau. Ach, komm. Digger, der hat mich echt noch getroffen, lieber Wichser? What? Man kann sich hier durch Ecke schießen, oder was? Ah! Boah, Alter, Leute. Ja. Ja. Hallo, Schottgall. Was ist denn jetzt? Ah, das ist doch. Ja. 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 Was hat sich jetzt geöffnet? Da ist ein Exit. Ach, wow, wir können direkt reinkommen. Okay, gut. Versuche ich auch noch mal schneller Munitiones. Hier hinten war ja noch ein bisschen was. Oh, die haben wir auch komplett. Hier war ja noch ein bisschen Shotgun-Munition. So, das macht nichts. Okay, dann sind wir soweit schon wieder fast aufgefüllt, was das angeht. Das ist doch offensichtlich, dass ein bisschen Shotgun-Munition ist. Sehr, sehr nice. Nicht so aus. Okay, wir brauchen aber auch noch hier die blaue Rüstung, damit ich durch die Tür... Da hinten ein bisschen Shotgun? Nee. Nee, auch nicht. Schade eigentlich. So, da haben wir die blaue Kacke. Scheiße, hätte auf den Karton rausgehen müssen. Achso, ah, sehr nett. Ich sehe hier auch keine Shotgun-Munition mehr. Na gut, dann würde ich mal sagen, ab ins Ziel. Ach, gottchen. So, ist das schon wieder für eine Möppchen? 94 Gegner. Okay, ja. Danke. So, gut. Ja, wir fahren mit voll.